Alter, fährt das Auto schnell. Ja, hier fahrt schneller als hier. Der Sima ist echt gut. Das ist mein Lieblingsauto. Das sah richtig geil aus. Hier. Oh, nice. Leichter Griff. Oh, cool, 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 cool. Ich glaube, ich kann hier Schaden machen, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt und ich dich so schlage. Soll ich mal machen? Toll. Das hat ja voll viel Schaden gemacht. Die Pfanne macht ordentlich Damage, ja. Entschuldigung. Alles gut, wir wollten es ja testen. Du kannst einen auch abschießen, während der neben dir sitzt. Ich bin nicht auf der Welt. Willst du es mal ausprobieren? Ja. Ja. Du guckst nicht in dieses Leid. Oh, boy. Ah, da bist du ja. Losgehen. Rein in die Olga. Oh, fuck. Markus, das war mir eine Ehre. Markus, ich bin bei dir. Nein. Moment. Absolut. Ich finde es übrigens immer noch richtig frech, dass Jan mich denied hat, als ich meinte, Jacob wäre ein Indianer. Er ist nämlich einfach ein Indianer. Das sitzt tief, glaube ich. Ja. Ich habe letztens mit Laura alle Twilight-Filme geguckt. Ich weiß. Und er lebt in dem Reservat. Hast du alles gefallen? Ja. Und er baut Stella, oder wie die heißt, sogar einen Traumpfänger. Das ist romantisch. Ja. Wie heißt die nochmal? Bella. Bella. Ich kann mir die Namen von denen nicht merken. Stella, Junge. Oh mein Gott, da landen doch welche bei meinem Eingang. Ich überfahre die mit dem Auto, let's go. Ich renne weg. Tschüss. Kuss auf die Nuss, Digga. Okay, Markus hat mich überfahren. Da rennt wer. Ich fahre jetzt mal nach oben, Digga. Markus, hier sind welche. Hilf mir. Oh, hier war auch schon wer. Oh mein Gott. Im mittleren Eingang war schon wer, Junge. Markus, hier sind noch welche. Oh Gott. Im rechten Eingang war keiner, Leute. Stark. Boah. Hennach, wo ist der Typ? Ich hab ihn. Kann ich zudem ins Auto steigen hier? Oh mein Gott. Hinter dir, oh mein Gott. Fahr drüber, fahr drüber. Ja! Hennach, mach Platz! Haha. Okay, das ist so trash. Markus, der Typ will nicht. Danke. Lass mich mal bitte einsteigen, sonst bin ich nicht tot. Ja. Der ist ausgestiegen, der eine. Töte ihn, ja! Scheiße. Ey, okay, Markus, lass uns abhauen. Oh, Karin ist da auch drin. Markus, lass uns hier hinfahren. Ja. Hey, mate! Hey! Junge, was war das für ne Scheiße? Ich fand's eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Stimmt. Wenn er schlau ist, ist er abgehauen. Ja. Jo, Jan. Grünes Haus. Oh, da landet einer. Nein. Aber... Ach, du wärst ein Gegner, Digga. Ich hab richtig Angst bekommen. Okay, in dem Hausred nehmen wir uns zusammen. Ja. Grün. Ja. Oh! 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 Markus, was machst du denn? Ey, du bist so ein Affe. Du bist so ein Affe. Ich wollte gerade so durch das Fenster escapen, weil der Typ mich gepusht hat. Und du tötest mich einfach. Jo, Markus dachte sich diese Runde, ich will nicht ohne Kill abtreten. Perfekt. Nichts von dir. Kann ich doch. Kann ich nicht. Uff! Hä? Das musst du klippen. Ich brauche nur noch einen MP erweitert, sonst bin ich glücklich. Leute, auf dem Orangenhügel ist ein Dude. Scheint alleine. Oh, geil. Ha! Alter, was ist das für ein Stunt gewesen? Jan, was brauchst du noch? Als würden die einfach Stand-Mate verkaufen. Als wird der gefistet, Junge. Oh! Markus! Junge, warum... Hä? Das verstehe ich jetzt. Das ist mir wirklich ein komplettes Rätsel. Markus, das kommt in deine Comp, bitte. Ich möchte gerade nachher. Ich glaube, es ist ein Flugzeug, aber ich weiß auch. Ich weiß, was ich... Nein! Ja. Oh! 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 Nein! Ja, wir stürmen hier gerade ein Haus. Wir können gerade nicht. Ich glaube, der ist schlecht. Oh! Oh! Ist keine Ahnung. Okay, außer du willst die andere Brücke nehmen. Dann können wir natürlich auch so fahren. Wobei ich glaube, die ist kaputt in der Mitte, wenn ich das gerade richtig sehe. Ah ne, eine Spur ist noch intakt. Okay, dann können wir auch so fahren. Ich bin tot. Ich bin tot. Einfach ihr beide. Hab beide. Hab beide am Stein. Steinteam tot in dem Dorf, auf Gabe. Glück. Ich gucke euch zu. Markus geht in die Drohne, ja. Ne, hinter uns kann kaum sein. Markus, guck mal im Dorf. Ja, im Dorf zwischen den Häusern. Zwischen den 3er ist einer. Ja. Okay, da ist einer lockt. Sehr gut, im Haus. Ja, perfekt. Und hier? Okay. Im ersten Haus. Was lenkst du uns? Der hat hart kassiert. Der muss auf, keine Ahnung, 20 HP sein oder so. Also einer noch. Okay, gefinished. Jetzt kannst du wieder safe gehen. Jetzt kannst du zurückgehen. Du hast einen. Du hast einen getötet komplett. Der andere ist... Ja, nice. Good job. Well played. Geil, ich schicke ihn dir ja noch. Einer läuft da nach oben. Hat noch einen. Nice. Imi hat noch einen. Gut. Scheiße. Ja. Ja, bevor du rauskst. Ich hab ihn. Jetzt habe ich ihn durch. Da haben wir alle Loll, die Runde mach ich ja wirklich gar nichts Warst du hat mich geschossen? Toll Nicht sehr lustig Rechts von uns ist irgendwer Junge, warum höre ich eigentlich immer auf Markus? Junge, warum höre ich auf dich? Jedes Mal, wenn ich auf dich höre, ist es der absolute Scheiß Ich wollte gerade aus dem Fenster rausspringen und du so Schrotflinte, Schrotflinte Pass los Was hast du denn gemacht? Schade Bei uns links Jetzt rechts Ich bin fast tot Machst du erst an dem Ding dran? Prost Prost Jan Bis jetzt Vielen Dank.